Am 30. Januar 2020 kam Mary Iglesias, die jüngste Tochter von Anna Kurnikova, 38, und Enrique Iglesias, 45, zur Welt. Sie ist das dritte gemeinsame Kind des Tennisstars und des Singersongwriters. Somit haben die mittlerweile dreijährigen Zwillinge Lucy und Nikolas jetzt eine kleine Schwester bekommen. Gute drei Monate nach der Geburt ihres Nesthäckchens postete die stolze Mama nun ein aktuelles Foto von Baby Mary. Auf Instagram teilte die gebürtige Moskauerin einen goldigen Schnappschuss von sich und ihrem jüngsten Töchterchen. Auf dem Bild steht die TV-Persönlichkeit in ihrer Küche und hält Baby Mary in die Kamera. Die Kleine hat scheinbar keine Lust, ein Foto von sich schießen zu lassen, völlig verträumt schaut sie überall hin, nur nicht in die Kamera. Kommentiert hat Anna das putzige Pic lediglich mit einem Herzchen-Smiley-Emoji. Ähnlich süß wie Annas Wonne-Proppen ist auch ihr deutscher Schäferhund maximal. Der knuffigen Fellnase widmete die ehemalige Profi-Tennisspielerin bereits im Oktober einen Post. Anlass war der Geburtstag des vierbeinigen Wegbegleiters, dem die Athletin mit einem Kuschelschnappschuss gratulierte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017